War ne geile Party. Auf jeden. Betrunken Fahrradfahren, das ist doch Mist. Der junge Herr Backkosch. Hier geht es um unsere Nachbarn. Ich vermute eine Fraktur. Der Typ heißt Herr Pumpkin und du solltest dich bei ihm entschuldigen. Naja, ich wollte mich entschuldigen. Wenn es um das Wohl seines Angestellten geht, dann steht ja gar kein Spaß. Ihnen ist der Ernst der Lage nicht bewusst. Das kannst du mir glauben, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Könnten Sie die hierhin geben? Das war alles?